Unser letzter Gegner, mögliches Top 100 Spiel gegen diesen Kollegen hier. Das ist ein gutes Team, Neymar, Griezmann und Bale im Sturm. Natürlich ist mein Team noch deutlich stärker, aber deswegen trotzdem Achtung Leute, Achtung, ganz ganz gefährlich. Nie so ein Team unterschätzen, es ist immer ganz komisch gegen solche Teams zu zocken. Wünscht mir Glück Leute, wünscht mir Glück. Top 100 Spiel, mögliches Top 100 Spiel, also wir werden sehen, falls wir es gewinnen sollten. Erstmal gewinnen und dann schauen wir weiter. Ne, das ist so unangenehm, wenn er mich gleich da foult. Das ist echt unangenehm, aber stellt euch vor, stellt euch das hier mal vor jetzt. Also von da habe ich glaube ich, von so weit weg habe ich den noch nie gemacht. Alter Falter, ich glaube es doch nicht. Ich meine, ich habe diesen Trick drauf, aber dass ich ihn von da mache. What is going on, Alter? What is going on? Ich glaube es ja nicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Komm schon, Nain Golan. Komm schon, Nain Golan. Messi aus dem Abseits hoch 10. Ronaldo. Keine Abseits. Keine Abseits. Wo segelt denn hier Kante vorbei? Jetzt stürzt der auch noch. Nein, nein. Wie der Ball einfach bei ihm bleibt, Alter. Hey. Komm schon, Jungs. Ronaldo, Lauf. Hoppa. Überlaufen, überlaufen. Komm, komm, komm. Ich warte doch auf dich. Zehn Jahre und noch länger. Boah, was für ein Fehler. Yes, yes. Ich habe mich so konzentriert jetzt den einfach so zu machen. Nicht überrasstet nach vorne in die Spitze spielen, sondern ruhig. Schauen, seht ihr? Schau mal. Nicht überrasstet, ruhig. Dann ist der Raum da. Und bap, wie Ronaldo. Let's go, Digger. Er quittet einfach bei 2-0. Man, ey. Alter, wir haben es gepackt. Wir haben es gepackt, my friends. Schauen wir mal bitte. Also, wir gönnen uns jetzt hier nochmal diesen Freistoß, ne. What is going on? Alter. Boah. Das ist, von da habe ich den noch nie gemacht. Also, wir machen weiter, Leute. Wir machen weiter. Wir sind einfach mal 84. Der Welt. An sich haben wir es gerade gepackt. Top 100. Aber reichen wird es, glaube ich, nicht. Also, 37 Siege. Wir haben eine neue Formation getestet. 4-3-1-2. Die komplette Weekend League gezockt. Drei Spiele haben wir verloren. Das waren auch wirklich drei gute Gegner und drei verdiente Niederlagen. Und es passt an sich. 37-3. Ich bin trotzdem glücklich. War eine ganz gute Weekend League. Hat Bock gemacht. Und, ja, war ein richtig heftiges Tor jetzt gerade, oder? Wahnsinn. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann zeigt mir das doch bitte mit einem Daumen hoch. Schaffen wir wieder die 2.000 Likes. Ja, wäre natürlich richtig nice. Abonniert meinen Channel für mehr FIFA 17 Videos. In der Beschreibung findet ihr wie immer meine Social Media Kanäle. und schreibt ins Kommentarfeld, wie weit habt ihr es heute geschafft, ja? Und was sagt ihr zu diesem heftigen, heftigen Freistoß-Tor, ja? Also, ich habe dazu ein Tutorial schon mal gemacht, Leute. Kann ich direkt hier noch dazu sagen. Ich habe ein Tutorial zu diesem Freistoß-Tor gemacht. Einfach mal Hashtag Freistoß in die Kommentare, wenn ihr das genauso heftig findet wie ich, Leute. Das ist einfach nur unglaublich. Noch nie aus dieser Weite den reingemacht. Hashtag Freistoß. Let's go, Digger. Ja, das war's für heute. Und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.